Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder eure Midnight Lady. Wie versprochen im letzten Video werde ich heute meine Folterkammer für euch öffnen. Mein Outfit Das passt auf alle Fälle in eine Folterkammer. Ihr macht mich sehr neugierig und ich habe mir Gedanken gemacht, was ihr euch darunter vorstellt. Ich und Folterkammer, aber nein nein nein, das wird alles ganz anders. Es ist meistens immer so im Leben, es kommt alles anders als geplant. Macht euch eure Gedanken. Nicht vergessen, Daumen hoch. Und wollt ihr jetzt mein Reich sehen? Dann kommt mit, kommt mit mir mit auf meine Reise. Da bin ich wieder und stelle euch endlich mal meine Folterkammer vor. Eine Langhantel für die Brust, Bizeps und Oberkörper. Wir gehen weiter. Ein Bozo, der das Gleichgewicht trainiert. Und dazu noch wahnsinnig tolle Beine. Die Beine, die werden wie Stahl. Eins meiner Lieblingsgeräte ist das Rudergerät. Es gibt eine super Taille, ein Latissimus. Ja, alles was ein schöner Rücken ausmacht. Ihr wisst ja, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Dann kommen meine Langhantel. Oh, das nächste Foltergerät. Ja, hoch damit, hoch, 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 hoch. Ja, geil. Ich lege es lieber ab. Das nächste Foltergerät ist das Stepper. Da kannst du deine Beine trainieren bis zur Vergasung. Hoch, runter, hoch, runter. Wir gehen zum nächsten Punkt. Ein Spiegel oder mehrere Spiegel gehören zu jeder Folterkammer und das auf jede Wand. Das ist hier gegeben. Ja, wenn es mir ganz schlecht geht, habe ich meinen Boxsack. Wenn ich keine Daumen kriege und sonst was, dann muss er das spüren. Ja, es geht weiter. Ja, ja, dann schreibt mir das. Ich lese jedes Kommentar und werde jedes beantworten. Freue mich drauf. Ich foltere. So, jetzt geht's los. Ein Trainingsprogramm oder eine Trainingseinheit ist ja wie ein gutes Essen. Zuerst gibt es die Vorspeise. Das ist das Aufwärmen. Dann kommt der Hauptteil. Das ist das Hauptessen. Und dann kommt das Dessert. Das ist der Cooldown oder Abwärmen. Man kann es in verschiedenen Sprachen sagen. Also, seid ihr bereit fürs Aufwärmen? Dann fangen wir doch gleich an. Also, wir fangen an zu marschieren. Hände hoch, große Bewegungen. Von mir aus zehnmal. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt machen wir die Squats. So heißt es auf Englisch. Arsch runter. Wenn ihr nicht so beweglich seid, gar kein Problem. Ich mach's von der Seite. Runter, hoch. Runter, hoch. Runter, hoch. Runter, hoch. Ihr könnt euch natürlich aufwärmen mit mehreren Wiederholungen. Das mach ich jetzt nicht, weil ich verdiene ja nicht mein Geld damit. Schließlich ist es ja nur ein Video, wo ich zeigen wollte, wie ich mich foltere. Das Aufwärmprogramm geht aber noch weiter. Bin es gar nicht gewohnt zu reden und zu trainieren. Normalerweise ist man da immer still. Machen wir Schlittschuhfahren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Was zu jedem Programm noch dazugehört, zum Aufwärmen, sind Hampelmänner. Eins, zwei. Schön beugen die Knie. Ja, hören wir auf. Das reicht fürs Aufwärmen. Okay. Jetzt kommt der Hauptteil. Ich habe mir gedacht, besser gesagt, ich habe mir ein paar Übungen ausgesucht, wo ihr alles erreicht in kurzer Zeit. Wir fangen mal an. Ja, Moment, ich brauche eine Handel. Nochmal ganz schnell zu sagen. Jeder Anfänger, der dieses Video anschaut, sollte alles ohne Gewicht machen. Nur für die Fortgeschrittene und nur für die, weil das sehr, sehr anstrengend ist, empfehle ich eine Handel mit drei Kilo. Sonst mit seinem eigenen Körpergewicht. Die erste Übung, die ich mir ausgedacht habe, ja, wie nennen wir die auf Deutsch? Knie-Crunches, genau. Machen wir Knie-Crunches. Einfach, Hände hoch und jetzt geht's los. Eins, zwei. Wir trainieren hier den Bauch, aber im Stehen. Hände hoch und die Knie auch. Hoch, hoch. So, wir machen das noch fünfmal. Ja, genau. Das waren die Knie-Crunches. Als nächstes kommt die Übung Ausfallschritt nach hinten. Und zwar machen wir das so. Machen wir einen Ausfallschritt, beugen das Knie 90 Grad und strecken uns. Und zurück. Ja, wie war das jetzt Ausfallschritt? Zack. Zack. Jeder macht mit, wie er kann. Für die Anfänger nicht so weit nach unten, weil ich weiß ja nicht, wie fit ihr seid. Ihr macht natürlich alles ohne Gewichte. Die nächste Übung, die ich für euch ausgesucht habe, sind die sogenannten Burpees. Das gehört eigentlich zu jedem Training. Da trainiert man einfach alles. Schulter, Brust, Bauch, Bein, Po, alles was man hat. Also, los geht's, Handel weg, los geht's. Du gehst runter und springst praktisch in ein Liegestütz. Runter, nach hinten. Für die Anfänger, ganz einfach, wieder nach vorne und aufstehen. Wieder runter, nach hinten, vor, aufstehen. Jetzt kommt es für die Fortgeschrittene. Jetzt macht es Spaß. Zack, runter, Liegestütz hoch, Zack, springen. Jetzt muss ich was dazu sagen. Meistens trainiere ich ja nach dem Prinzip hochintensives Krafttraining. Ich kombiniere mehrere Übungen, damit man schnell und gezielt den ganzen Körper trainiert. Das bringt ja nichts, wenn man nur Bizeps macht, nur Trizeps, es bringt schon was. Es war eher was für Bodymatter. Aber für uns Frauen, die keine Zeit haben, wo alles schnell, schnell gehen muss, Familie, Kinder, Haushalt, Arbeit, sind solche Workouts sehr sinnvoll. Wir kommen zur nächsten Übung. Also, Burpees, sehr anstrengend, kann ich nur empfehlen. Die nächste Übung ist auch anstrengend. Kinder, 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 was habe ich mir da angetan? Also, Hocke mit Drehung. Hocke, aufstehen, Drehung. Hocke, Drehung. Schön drehen. Das ist für die seitlichen Bauchmuskeln. Ja, geil. Wenn einer nicht so weit runterkommt, kein Problem. Alles langsam machen. Lasst euch Zeit. Genießt jede Bewegung. Ja, so. Das war die Hocke mit Drehung. Wir kommen zur nächsten Übung. Oh, die ist was für ein Bauch. Ja, legen wir uns mal hin, auf den Rücken und machen Hebelcrunches. Hebelcrunches. Hinlegen. Ja, machen wir die mal rechts. Boah. Und hoch. Eins, zwei, drei. Kinn nicht auflegen, auf die Brust. Das geht gar nicht. Schaut nach oben. Und schön ausatmen. Ausatmen. Das ist ganz, ganz wichtig. So bekommen die Muskeln Sauerstoff. Weil ohne Sauerstoff geht gar nichts. Das muss ich selber atmen. Das ist alles anstrengend. Okay, weiter geht's. Voller Power und Energie. Ganz, ganz wichtig ist es, meine Lieben, wenn ihr den Bauch trainiert, müsst ihr auch den Rücken. Weil die gehören zusammen, die zwei. Also, jetzt legt ihr euch auf den Bauch und wir trainieren den Rückenstrecker. anspannen, Po und Hände. Kopf gerade, Hände vor, zur Seite, vor, ablegen. Nochmal. Hände hoch, zur Seite, vor, ablegen. Das ist eine Wahnsinnsübung für den unteren Rücken. Mach das bitte langsam und schön ausatmen. Hoch, zur Seite, vor, ablegen. Hoch, zur Seite, vor, ablegen. Wir drehen uns wieder um und bleiben unten. Weil wir haben ja nur eine Seite von den Hebelkreuzes gemacht. Jetzt kommt die andere Seite. So, jetzt ist das andere Bein dran. Und los geht's. Hoch, hoch. Die Anfänger können sich auf den Ellbogen abstützen. Die etwas Fortgeschrittenen nur auf die Hände gucken. Ausatmen. Und ausatmen. Merkt ihr was? Das ist wirklich eine Folterkammer. Ich habe nicht so viel versprochen. Also, sprechen und trainieren, das will gelernt sein. Kommen wir zur nächsten Übung. Die nächste Übung, meine Lieben, heißt Spider-Man. Denn Spider-Man kennt bestimmt jeder. Aber die Übung, das weiß ich nicht und deswegen führe ich sie vor. Ihr geht wieder in einem Liegestütz. Die normale Übung für die Anfänger ist einfach Fuß vor, Fuß zurück. und den Linken. Vor, zurück. Alle Strecken, alles Spannen. Vor, zurück. Jetzt kommt's für Fortgeschrittene. Also, ein Liegestütz und das Bein vorziehen. Liegestütz, Bein vorziehen. Und schön ausatmen. Ich betone, die Atmung ist sehr, sehr wichtig. Ja. Nicht aufgeben, weitermachen. Glaub mir, in dir steckt mehr drin, als du denkst. Nicht schlack machen. Das war das Spider-Man. Der hat's in sich, wenn man's richtig macht. Die nächste Übung, wir bleiben, wie gesagt, bei diesem hochintensiven Training, damit der Körper Kalorien verbraucht. Weil nur, wenn der Körper Fett verbrennt und Muskeln aufbaut, haben wir das erreicht, was sie uns alle wünschen. Einen schönen Körper. Also, gleich wieder runter und die nächste Übung heißt Bergsteiger. Füße nach hinten und jetzt geht's los. Eins, zwei, drei, schön vor. Spann den Bauch und atmen. Nicht vergessen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wow. So geil. Also, ich komm ganz schön ins Schwitzen. Eine nächste Übung, wo ich denke, die sehr sinnvoll ist nach dem Spider-Man, ist Brücke mit Kicks. Wir legen uns wieder auf den Rücken. Weil die ist für den Tor ein Muss. Weil jeder von uns wünscht sich, wünscht sich, wünscht sich, wünscht schon, sage ich, wünscht sich einen knackigen Po, nicht wahr? Also, wir gehen runter. So, und jetzt einfach hoch. Strecken, strecken, mit, mit viel Kraft. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. und atmen, und atmen nicht vergessen. Was ich noch sagen sollte, jede von diesen Übungen könnt ihr zehn bis 15 Wiederholungen machen. Wie gesagt, wenn ihr nicht ausgelastet seid, nehmt Gewichte dazu. Man kann mit jeder Übung mit Gewichten arbeiten. Ich kenne ja eure Kraftausdauer nicht und weiß nicht, wie fit ihr seid. Aber ich betone, dass es eigentlich für Frauen, wie ich, die 50 sind, wenig Zeit haben und trotzdem sexy sein wollen, die einen schönen Körper lieben. Deswegen sind diese Übungen perfekt. Du solltest die zwei, drei Mal die Woche machen und einfach dranbleiben, nicht aufgeben. Ich habe noch eine Übung. Die letzte Übung ist auch eigentlich für den Bauch, für die seitlichen Bauchmuskeln. Ihr könnt sie mit Gewicht machen, aber auch ohne. Ihr macht einen Schritt jetzt geht es in die andere Richtung. Das sind die seitlichen Bauchmuskeln. Die darf man nicht vergessen, weil alle nur vom Sixpack reden. Aber die seitlichen Bauchmuskeln, die werden vergessen und das ist nicht gut. Die gehören dazu. Das ist wie der Name auf der Tür. So gehören die seitlichen Bauchmuskeln zu einem Sixpack. sind die anstrengend. Ja! Und runter. Uah! Geil! Uah! So ihr Lieben, ich habe eine ganz, ganz schlechte Nachricht. die sage ich euch nach dem Bandrücken. Das müsst ihr natürlich zu Hause nicht machen, weil nicht jeder hat das Equipment. Aber ich zeige es noch, was dazu führt, dass man solche große Brüste hat. Und das von keinem Schönheitschirurg. also Bandrücken ganz wichtig. Oder macht die klassischen Liegestütze. Die sind auch super. Uah! Okay, warm genug bin ich ja. Puh! Schön ausatmen. Uah! Geil! Okay. Runter. Hoch. Puh! Ja! Puh! 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 Eigentlich könnte ich so machen den ganzen Abend. Aber ich höre jetzt auf. Ja. Ja. So ihr Lieben, jetzt habe ich leider, leider eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Mit diesen paar Übungen kommen wir zu keinem Erfolg. Ihr müsst es alles von Anfang bis zum Schluss noch wiederholen. Das macht man in zwei Durchgängen. Was uns noch fehlt zu diesem Training jetzt, ist das Cooldown. Das heißt dehnen. Ich setze mich jetzt auf den Teppich und versuche mal kurz zu dehnen. Ne? Also ich lege mich hin und gehe hoch wie so eine Cobra und dehne einfach meine Arme, meinen Bauch. Gehe wieder runter. Jetzt kommen die Oberschenkel. Zieht sie einfach zu sich. Stützt euch auf die Ellbogen ab. Man kann es auch so machen. Dreht euch. Denkt drüber nach, was ihr gemacht habt und warum ihr das gemacht habt. Jetzt bitte die andere Seite. Ziehen. Die Dehnübungen sind alle langsam. Versucht nichts zu erzwingen. Wenn es nicht geht, dann einfach ein bisschen weniger machen. Wenn ihr das könnt, nach vorne gehen, die Schuhspitzen anfassen oder einfach auf dem Oberschenkel bleiben. Andere Seite. Es soll dir bewusst sein, dieses Krafttraining gibt dir nicht nur Muskeln. da muss man schon, wie gesagt, paar Jahre dranbleiben. Es gibt dir Selbstbewusstsein und positive Energie, die einfach du einfach weitergeben kannst. Das sieht man dir an, dass du was machst, dass du auf deinen Körper stolz bist. Du bist ganz toll. Denk dran. Und ganz wichtig zum Schluss. Durch das Krafttraining steigerst du ja nicht nur dein Selbstbewusstsein, sondern du bekommst ja auch positive Energie. Übertrag das auf alles, was dir begegnet, innerhalb eines Tages oder insgesamt. Alles, was auf dich zukommt, lass es einfach sehen, dass es dir gut geht. Als nächstes habe ich noch ein kleines Anliegen. Ich möchte erfahren durch eure Kommentare, was ihr als nächstes von mir sehen wollt. Ist es die Liebe zu den Hochmutter? Ist es die Liebe zu den schnellen Autos? Ist es meine musikalische Seite? Oder ist es die Sammlung von meinen High Hills? Eure Midnight Lady. Ich warte auf eure Kommentare. Tschüss, alles Gute, bis bald. Daumen nicht vergessen. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.